2 nahe ich wollte erst das sein ich hab's ja nicht gebaut auch die geniegt einfach so zum trotz sein wird wisst ihr was jetzt lustig wäre wenn trissi verrecken würde nein wenn ich gut bisher und nicht sterben auch schade deshalb deshalb Lukas beim lol spielen auch behauptet um ein Kittel bildtot 4 ja das war anstatt so der sagt so der sagt noch so um ein Kittel bildern kommt einer her und killt den das war ganz seltsam wo so ein bisschen und der ich habe schon mitgekriegt dass es mit Lukas zu spielen einfach am lustigsten ist weil er sagt immer so geht dahin geht dahin geht dahin geht dahin dann macht er dasselbe und immer immer so scheiße ja 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 ich sagte nico nico geht dahin was macht Lukas ich bin doch viel zu weit weg doch n schon wieder so ein hässliches skelett warum spawnen die eigentlich da wo es hell wird hell ist oh creeper das kann ich dir nicht sagen jonas jonas wirst mich verarschen du bist immer noch dabei ist dach zu bauen ja soll ich dir mal sagen wie lange wir schon aufnehmen ja ja kann ich dir gerne machen ja mach sag wenn ihr mir jetzt ne stunde auf und durch immer nix gebacken kriegt doch ich hab da das ganze uhr durch stock weggekauft also da hab sogar ich dreimal den weg gelaufen von 200 blöcke entfernt ja das war der satz ja mein deutsch ist halt mal wieder perfekt ja lernschule in schule gell ja ich leuchte hier mal ein bisschen was aus ja schule halt nicht gut ja oh jetzt hat mich da gerade oh oh ouch ah oh creeper creeper aua aua drei herzen ey ich leckte grad mega echt bei mir nicht alter wo kommen die ganzen creeper und viecher her hier ist doch alles ausgeleuchtet jetzt ist alles ausgeleuchtet nur wo ist der creeper hin ich stehe da in das loch rein was ich da ah der ist da oh oh drei herzen oh Jonas ach du bist da hinten Juli beschütz mich mal schnell nee 1 3 4 5 ich würde nämlich jetzt gern die Pilze anbauen aber was hast du schon Porto einen Portion getrunken nee nein gar nicht nee ich esse Rottenfleisch achso haha Idiot ja wenn wir kein Essen haben so ich geh mal weiter ausleuchten hier weil das kann man ja nicht länger mit ansehen hier dass hier alles dunkel ist eigentlich hab ich ja schon alles ausgelöst egal nee hier wo die ganzen Viecher runterkommen und spawnen oh 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 Oh, Skelett, hallo Oh, nochmal ein Skelett, hallo Oh, nee, es regnet Boah, Alter, ihr habt hier noch kein Dach drauf Äh, lol, was ist das? Es ist noch größer Ja, obere Stockwell, hab ich doch gesagt Alter, du was? Für nichts Aua, Alter, ist das Skelett, ist das Skelett Ich sag dir ja, da ist was Da ist was Da ist was im Busch So Hallo Skelett, hallo, hallo Lol, hier schneit's An einem Fleck schneit's Nee, an zwei Flecken schneit's Krass Nee, hier schneit's grad überall und Schnee find ich richtig scheiße Nee, bei dir Bei dir oben schneit's Nee, bei mir regnet's Nee, hier schneit's Hier schneit's, hier rechnet's, hier schneit's, hier rechnet's Ja, ich glaub, ein Bock Butter Ja, Juli, so dissimuliert's Ja, hier schneit's Nein Du schalt, da fängt ein anderes Biom an Weil hier schneit's auch auf zwei Blöcken Toll Ja, hier auch Ja So, ich mach hier einfach mal die Pilzfarm rein Da oben auch nur an manchen Blöcken War lustig Jonas, wo bist du? Ähm, hier Wo? Wo? Okay, bleib mal still Nee, bei Schlacht Äh, ich hab dich nicht getroffen, schade Treff ich dich? Bin ich zu hoch Ja Oh, nee Nee, zu niedrig Haha, dann hab ich getroffen Ach man, hier Schnee, hier, hier schneit's, alter Hier schneit's? Ja, hier schneit's Das ist ein Skelett, das ist ein Skelett, Mama Alter, hier wird's mega dunkel Alter Achtung, im Rathaus können jetzt Creepers spawnen Juhu Ja, wie hab ich Warum das? Weil ich keine Fackeln hab Ja, dann sag doch was, ich hab noch 35 Janis, ich brauch Fackeln Ich komm gleich Ich muss hier selber grad noch ein bisschen ausleuchten Ich brauch Holz Und zwar nicht wenig Holz Jonas, wie viel Eichenholz hast du? Hm Noch ein Stack Ah, okay Weil ich brauch hier auch fürs Rathaus Ja Hört Nee, nee, ich hab ein Stack Ah, okay Boah Ich fliege immer runter Pilzfarm zu bauen ist echt hart Ich weiß nicht mehr, wie das geht Was? Pilzfarm Nicht Nö Oh mein Gott Hab ich noch nie gemacht Warum nicht? Weiß nicht Pilzfarm ist eigentlich richtig wichtig Fand ich bisher noch nicht notwendig Ich mach hier einfach mal eine Cobblestone-Palissade hin Dass man sieht, dass man da nicht grad was wegbauen sollte Dein Ernst? Janis macht den schönen Berg kaputt Habe ich da grad schön gehört Ja Also ich glaub Trissi, die ist morgen noch in der Höhle Ja, ich glaub auch Die schwärzt auch die ganze Zeit nix Ich weiß Ich weiß Jonas hat gestern zu viel gelabert in der In der Höhle Ja Bei mir war auch voll Action Ich glaub, bei Trissi ist es voll langweilig in der Höhle Guck mal, so wie die aussieht Wer will die schon angreifen und was klauen Mein Dach ist fertig Ne, oder? Nein Oh mein Gott Das ist auf einer Seite Das ist nur die Vaterseite Ja Erstaft jetzt Fake-Dach Fake-Dach, toll Ich seh's vom Rathaus Ja, scheiße So, wo ist dunkel? Da ist dunkel 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 Bringen wir mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel Das war kein Wortwitz Ja, stimmt Das war absolut ernst gemeint Trotzdem lustig So, jetzt ist das doch hell überall Ja Sag das, warum stoppst du die jetzt um die Uhrzeit? Jolo Joli, manche haben's halt nötig So, so Ich glaub, Trissi, ihre Mutter könnte ganze Tag lang Staubsaugen Äh, Jonas Äh, was? Du verarschst mich grad nicht, dass da nur diese Doppelreihe ist Ja, nee, weissch Was bist du für ein Noob, Alter? Du merkst's aber früh Wir haben die ganze Zeit drüber geredet Ja, das mein ich nicht Hä? Was? Aber ganz ehrlich, warum lasst man Jonas sowas machen, wenn's der nicht Weil der's eh nicht kann Weil der ist jetzt schon die ganze Zeit nur an dem bisschen, ja? Ja, lass mich Und warum macht der dann sowas? Das Dach sieht halt echt scheiße aus Ja, weil's ja du machst Das Unterricht geht ja noch, aber das Dach, das ist richtig hässlich Ach, wir haben ja gar keine Kohle, stell ich grad fest Ich wollt grad die, das Fleisch Wat? Bei Da 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 Vielen Dank.